Oh, herrlich. Oh Gott. Diese kleinen süßen Stumpis. Wir können nämlich angreifen. Bam. Nice. Dann, dann, dann. So, wir haben jetzt süße kleine Hörnchen. Und ich gehe jetzt mal auf die Suche am Strand. Mal gucken, ob wir am Strand irgendwas finden. Soll ich euch was zeigen? Komm, wir gehen mal schwimmen. Ich zeige euch was. Gefährliche Kreaturen lauern in der Tiefe. Wage dich nicht so weit vom Ufer weg. Ja, ich bin jetzt gestorben, aber das macht nichts. Wir haben ja eh alle Punkte ausgegeben. So. Haben wir eine große Map? Nee, gell? Hier auf der Map seht ihr ähm die Spezies, die wir ausgelöscht haben. Glaube ich. Der läuft ein bisschen arg komisch, ne? Irgendwie. Läuft nicht in die Richtung, die ich gerne hätte. Hä? Ach ja, hier. Die Spezies, hier haben wir die Spezies ausgelöscht. Die existiert nicht mehr. Die ist weg. Aber hier war doch gleich um die Ecke eine weitere Spezies. Hier. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Ich versuche jetzt mal freundlich mit denen zu sein. Und ich kann nicht. Doch kann ich. beeindrucke drei Truba, um mich mit ihnen zu verbünden. Aber was können die machen? Die haben einen süßen Mund, ne? Und die haben Flügel. Okay, dann... Ich muss singen. Okay, den ersten habe ich begeistert. Machen wir das mit dem zweiten auch. Die singen und das heißt, du musst ebenfalls mitsingen. Und unsere Fähigkeiten sind nicht gut genug dafür. Nochmal. Jetzt. Zu viel Zeit gelassen. So, dann haben wir diese auch begeistert. Eine noch. Oh, der könnte vielleicht ein bisschen über uns sein. Ah, hat geklappt. Und was haben wir gekriegt? Neue Augen. Okay. Aber hier liegt auch noch was. Das können wir auch noch ausgraben. Mickey's Dance Battle. Ja. So. Was ist denn das? Eine Schnecke? Es gibt auch Tiere, die sind auch aggressiv uns gegenüber sofort. Die kannst du nicht... Was ist denn das? Was ist 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 das? Das ist das Geräusch, gell? Oh, das ist geil. Wie viel kostet das? Zehn, komm, das tauschen wir aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die Position der Flügel ist ja absolut scheiße. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden, um deine Heimatbasis zu beziehen. Ja, eine Migration bezaubern. Schaut mal, wie süß. Die haben zwei Münde. Was können die? Was können die? Alter. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Die sehen ja aus wie Hasen. Wie stark sind die? Wie stark sind die? Wie stark sind die? Wie stark sind die? 19? 19? 15? Weißt du was? Die haben zwei Münder, ne? Das könnte ja auch für uns ein bisschen gefährlich werden. Das könnte für uns etwas. Das könnte ja auch für uns ein bisschen gefährlich werden. So, wir heilen uns gerade schon. Okay. 15, na komm, den schnappen wir uns auch noch. Und die Hasen, die machen wir uns zu Freunden. Hier. Eigentlich nicht so geil, wenn das mitten im Dings passiert. Oh, komm schon. Das war aber jetzt ein bisschen... ... 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